Schrauben läuft selbstbewusst über diese Wiese. Es ist halt übelst stachelig. Es ist übelst krass. Es ist übelst krass. Digga, sicher, dass du es machen willst? Sicher, dass du es machen willst, Digga? Alter, es ist halt wirklich. Es ist halt ein fucking Kaktus. Es macht einfach keinen Sinn. Und es sieht nicht mal spektakulär aus. Digga, es ist so krass, was du machst. Nominier danach mal ein paar Leute. Da hab ich nicht voll, Alter. Mach's halt selber, echt. Guck dir das an, ey. So, Leute. Gehen dir ein Morgenstern? Das ist ein Morgenstern. Willkommen bei Nostra Bimus TV. Bist du bescheuert? Es tut mir echt leid. Beschissenste Shake-S-Folge aller Zeiten.